Hallo Leute, ja, ich bin gerade bei meiner Mama. Ich weiß, ob ich so schrecklich rauskomme. Es ist nicht ganz schön, aber wurscht. Ja, morgen mache ich mal mit Vorressern. Also, da habe ich die Schriftliche Prüfung auch. Und, ja, eigentlich die nächste Woche, Wochenende, die Fahrstunden erst. Aber, also, wenn die im Vorressern besteht, ich darf nichts negativ denken, dass wir positiv denken, dass sie besteht. Und, ja, dann hätte ich eigentlich nächste Woche die, wie heißt das, Fahrstunden. Aber da bin ich mit meiner allerbesten Freundin, weil sie sonst Wochenende alleine wäre, ob mir mehr Sagen dazu gibt. Deswegen habe ich, werden die dann verschoben. Und, ich ignoriere jetzt einfach meine Schwester, ich weiß, die ist ganz schrecklich. Ja, und, ja. Ich mache jetzt so einen kleinen Abendvlog bei meiner Mutter. Ja, und sie ist gerade am Essen machen und das ist das Zimmer. Ich kann auch mal zeigen, es ist in der Kamera, damit sie besser filmen kann. Und dann, ja, das sind noch Sachen für meine Schwester, weil die auch meine ist. Da ist das Bett. Ich kann auch das mal so zeigen, das Bett. Das ist ein bisschen doof, aber ja. Und jetzt insgesamt bin ich auch schon schön. Ich denke auch mal... Ups. Das ist hier jetzt halt irgendwo... Okay, es ist ein bisschen... So scheint das Ganze aus beim Bett. Und, ja. Ich gehe jetzt mal zu meiner Mutter. Ich kann auch hier mal ausziehen, hinten. Aber sonst eigentlich nicht. Küche! Da war eine Aussicht. Schönes Wetter. Herrlich. Na ja. Der ist schon dunkel. Die hat was ganz geiles und cooles Steißbein mit Smiley von die WhatsApp Smilies. Ist so geil. Kann man so kneten und verformen. Sieht halt da komisch aus. Aber ist ganz so geil. Ähm, ja. Und ja, es gibt dann dort Abendessen, dann noch Duchen und dann noch ein Abendsbett und ich den nochmal mit meiner allerbesten Freundin. Ja. Käppi. Ah ja, ihr habt es jetzt gesehen. Da oben. Wie ist der Käppi da? Ups. Wie ist der Käppi? Kommt mir. Ah, wie ist klar. Ähm. Und zwar hat mir die mein Bruder geschenkt. Weil er hat welche und dann gesagt, wenn ich mag, kann ich mal für die Schule auch mal eine Ausleitung und so. Und ihr wollt jetzt immer ausgehen und dann hat er wohl die Klänke. Ja. Ich bin eigentlich schon zu die Käppi-Tragerin, aber mein Gott, na. Trage halt einmal ab und zu. Ja. Am nächsten Mal fragen, soll ich nicht? Ähm. Tadam. Geht auch das Zimmer schwarzieren. Ups. Licht ab, 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 ab. So. Tadam. 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 So lang war ich nicht. Was ist der? I don't know. So. Is lady over the arm? jetzt das video wird halt nicht so lang aber jetzt habe ich fertig essen jetzt du verdauen dann gehe ich rufen und danach ab und weg ich weiß es ist sehr früh aber eigentlich hat das Sommerfeld aber man muss sich sehr früh aufstehen weil ich hoffe es für wahrscheinlich eine Prüfung ich hoffe euch hat das video jetzt gefallen der kleine abendvlog also so zu sein ist ein kleiner abendvlog hier wenn es euch gefallen hat, gebt es dem video doch einen Daumen und einen Daumen nach oben und hinterlas ein kommentar unten und da abonieren und dann sehen wir uns mal beim nächsten video bye